Auf der Baulücke am Domplatz haben die Archäologen ihre Arbeit beendet. Am Donnerstag kartierte und dokumentierte das Team um Grabungsleiter Dr. Holger Fries die letzten Funde, anderen Tags rückte der Bagger an und entfernte die Reste eines freigelegten Kellers. Demnächst wird die Wohnungsgesellschaft Güstrow ein Mehrfamilienhaus errichten. Vor über zwölf Jahren, am 28. August 2004, war das historische Gebäude am Domplatz 18 abgebrannt. 2011 wurden die Archäologen erstmals auf dem Areal tätig, ein geplantes Bauprojekt wurde damals aber nie verwirklicht. Nun plant die WGG an einem Teil des Grundstücks einen Keller zu bauen, was den neuerlichen Einsatz der Archäologen notwendig machte. Also wir haben jetzt einen Keller freilegen können, der zu dem Gebäude des 16. Jahrhunderts gehört. Das ist ein Teilbereich, der noch verfüllt war und jetzt im Rahmen der neuen Baumaßnahme freigelegt werden musste, weil hier der neue Keller für den Neubau hinkommt. Insgesamt gut drei Wochen haben die Archäologen die künftige Baustelle untersucht. Was sie dabei gefunden haben? Also aus dieser Kellerverfüllung, die war historisch Ende 18. Jahrhundert, haben wir hauptsächlich Koch- und Tischgeschirr aus der Nutzungszeit dieses Hauses und unter anderem auch sehr schöne Teile von Ofen, Kacheln, die ins 17. Jahrhundert datieren. Offenbar, so Dr. Holger Fries, setzte eine Bebauung des Grundstücks erst im 16. Jahrhundert ein. Das würde auch zur Geschichte des in der gleichen Reihe befindlichen Lyrischen Hauses, dem späteren Wallensteinschen Hofgericht, passen. Hinweise auf einen Friedhof fanden die Archäologen am Domplatz nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017